Musik 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 Seid herzlich gegrüßt, hier von den Stufen vor unserer Zions-Gemeinde in Steden. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend, o kommet, o kommet nach Bethlehem. So ruft uns das Eingangsstück auf, das wir gerade gehört haben. Kommet? Fröhlich triumphierend? Das ist so wie gewohnt dieses Jahr leider nicht für alle möglich, in die Kirche zu kommen und fröhlich Gottesdienst miteinander zu feiern. Daher kommt in diesem Jahr die Kirche zu euch online ins Wohnzimmer. Verschiedene Gemeindekreise haben in den vergangenen Wochen aufgenommen und eingespielt. Und so können wir heute an verschiedenen Orten miteinander Weihnachten feiern. Das wollen wir mit dieser Christfespa der besonderen Art tun. Uns aufmachen und Ausschau halten, wo wir es finden können. Das Geheimnis der Nacht, das Geheimnis von Weihnachten. Seid dazu ganz herzlich willkommen. Zuiding heart of ev현 donner airungen es auf auf heuren auch ソ連 Jesús Ash Fröhlich soll mein Herz erspringen, diese Zeit, da vor Freude alle Hänge singen. Müttert wie mit voller Brüder, von der Luft, lauter Ruf ist durch sich geboren. Müttert wie mit voller Brüder, von der Luft, lauter Ruf ist durch sich geboren. Müttert wie mit voller Brüder, von der Luft, lauter Ruf ist durch sich geboren. In den vergangenen Wochen haben wir jeden Sonntag eine Kerze mehr auf dem Adventskranz angezündet. Und so ist es in unseren Esszimmern und in der Kirche Stück für Stück heller geworden. So ein Licht werfen auch die Propheten des Alten Testaments auf den, der da kommen wird, Jesus Christus. Lasst uns dieses Licht von Haus zu Haus weitergehen. Der Prophet Jesaja kündigt ein Licht an, das alles andere überstrahlen wird. Das Volk, das im hinteren Tal wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Dieses Licht, so der Prophet Jesaja weite, wird ein besonderes Kind sein. Ein Kind, das Frieden und Gerechtigkeit stiftet. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedeslust, auf das seine Herrschaft groß werde. Und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er ist erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Das Kind, ein König, so der Prophet. Sahaja ist der Grund zur Freude. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jochtet. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Er wird Frieden gebieten, den Völkern und seinen Herrschaften. wird sein von einem Meer bis zum Anderen und von Strom bis an die Enden der Erde. So will Gott einen neuen Bund mit seinem Volk schließen. Das sagt der Prophet Jeremiah voraus. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmer mehr gedenken. Am Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch gute neue Meer. Der gute Meer, gibt nicht so viel davon, ich sing und sage nur. Euch ist ein Kindlein heut' geboren von einer Jungfrau außer Korn. Ein Kindlein so zack und fein, das soll euer Freude und Bonne sein. Es ist der Herr Christ und der Koch, der will euch fliehen aus aller Mut. Er will euer Heilung, der will euch fliehen von allen Sünden machen. Und es lässt uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehen hinein. So sehn, was Gott uns hat beschwert, mit seinem Leben so verkehrt. Auch dieses Jahr feiern wir Weihnachten. Auch wenn dieses Jahr so vieles anders ist, als wir es gewohnt sind, so ändert es doch nichts daran, dass Gott Mensch wurde und zu uns auf die Erde kam. Und so hört, wie die Evangelisten Lukas und Matthäus berichten. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Achtung, Achtung! Achtung! Das ist ein Befehl von Kaiser Augustus. Jeder muss in die Stadt gehen, in der er geboren wurde. Der Kaiser möchte wissen, wer in seinem Land lebt. Er will alle Steuern einsammeln, die ihm zustehen. Ich wiederhole, das ist ein Befehl von Kaiser Augustus. Das muss ich sofort mal nach bei Josef erzählen. Er kommt aus Bethlehem. Er hat eine lange Reise vor sich. Der Armut. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Josef, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Können wir eine Pause machen? Natürlich, Maria. Ich habe Angst, ich glaube, mein Baby kommt bald zur Welt. Ich habe Angst, dass wir dann noch nicht in Bethlehem sind. Keine Sorge, da vorne kann ich schon die ersten Häuser sehen. Da werden wir uns ein schönes Zimmer nehmen. Oh ja, darauf freue ich mich. Komm, lass uns weiterziehen. Die ganze Stadt ist voller Menschen und es werden immer mehr. Sie sind wegen der Volkszählung hier und wollen übernachten. Es ist so viel zu tun, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. All unsere Betten sind belegt. Hoffentlich kommt jetzt niemand mehr. Jetzt sind wir zwar in Bethlehem, haben aber noch kein Zimmer. Da vorne sehe ich noch eine Herberge. Das ist unsere letzte Hoffnung. Komm, lass uns dort hingehen. Guten Abend, ich grüße Sie. Unglücklicherweise sind schon all unsere Betten. Und nein, Sie sind ja schwanger und ich habe kein Zimmer mehr frei. Das ist ja ein Elend. Wissen Sie was? Hinter meinem Haus ist ein Schafstall. Es ist ein ärmliches Quartier, aber vielleicht besser als nichts. Da haben Sie wenigstens ein Loch über dem Kopf und auf dem Stroh können Sie sich hinlegen. Komm, ich führe Sie hin. Ich bin Ihnen so dankbar. Vielen Dank. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Hier ist der neue Topf. Es ist schön, wieder bei euch und nicht mehr in der Stadt zu sein. Wieso? Was ist passiert? So habe ich Bethlehem noch nie erlebt. Alle Straßen waren voller Menschen. Ich habe ihre Blicke deutlich in den Rücken gespielt und sogar wie sie tuschen. Was macht diese Dreckgeräte in der Stadt? Deswegen versuchen wir ja auch so selten wie möglich in Bethlehem Besorgungen zu machen. Die Menschen verachten uns Hirten. Unsere Arbeit ist wichtig, aber dass wir kein festes Haus haben, ist ihnen unheimlich. Sie denken, dass wir sie bestehlen. Das ist schwer auszuhalten, aber nichts Neues. Ist noch etwas passiert? Ja, ich habe mir gedacht, ich könnte mal wieder in die Synagoge gehen, um zu beten, obwohl ich schon mal da war. In der Synagoge fühle ich mich Gott immer ganz nah. Aber ein Vorsteher hat mir den Eintritt verweigert. Das ist ja unglaublich. Ich weiß, wir können hier draußen auf dem Feld die Regeln der Tora nicht alle einhalten. Aber die können uns doch deswegen nicht einfach von Gott weghalten. Wir brauchen ihn doch auch. Meinst du, Gott sieht uns? Sind wir ihm wichtig oder will er auch nicht von uns wissen? Genau wie die Menschen in der Stadt. Ich weiß es nicht, Kimia. Jedenfalls fühle ich mich hier nicht besonders nah. Jetzt bin ich müde. Wir übernehmen die nächste Nachtwache. Gut, dann legen wir uns jetzt starten. Und der Engel des Herrn trat zu den Hirten, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Gloria, im Extert ist Theo. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch eine frohe Botschaft, die alle Menschen hören sollen. In euch ist heute der Heiland geboren. Christ ist Christus, Gottes Sohn, der Herr. Er ist geboren in Bethlehem, in der Stadt Stabitz. So werdet ihr ihn erkennen. Ihr werdet ihn finden, in einer Windel gewickelt und in einer Krippe liegend. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Boah, habt ihr es auch gesehen? Da waren Engel hier bei uns auf dem Feld. Und habt ihr es auch gehört? Der Herrland ist geboren, Gottes Sohn. Und ausgerechnet wir durften das als erstes erfahren. Gott hat uns nicht vergessen. Auf, los geht's. Wir müssen sofort nach Bethlehem. Jaha! Die Sterne, wie sie leuchten. Sie sprechen eine eigene Sprache mit uns. Jede Sternbild bedeutet etwas. Guck mal, schon seit Tag beobachte ich diesen besonderen Stern im Osten. Er ist viel heller als alle anderen Sterne. Du hast recht, was kann das bedeuten? Das frage ich mich auch. Aber es wird nur was Gutes sein. Warum? Der Stern ist gerade erst aufgegangen. Ein Morgenstern. So ein Glanz und so ein Leuchten kann nur etwas Gutes bedeuten. Ich denke, es bedeutet, dass jemand ganz Besonderes geboren wurde. Vielleicht ein König. Irgendwo habe ich schon mal einmal davon gelesen. Wo nun? Ich habe es wieder. Es war eine jüdische Schrift. Genau hier. Da steht es. Dass ein Stern den Retter angenehmen wird. Ein Stern geht in Jakob aus. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Aus Israel wird ein Herrscher kommen. Und du meinst, damit ist unser Stern gemeint? Ja, ich denke schon. Der Herrscher wird ein König oder ein Prophet sein, der von Gott geschickt wurde. Ich denke, der Stern wandert. Er will, dass wir ihm folgen. Meinst du, wir sind Fremde, wenn ein König geboren ist? Ist es nicht unser König? Ist es der Gott der Juden? Wir sind nicht gemeint. Aber warum hast du uns dann gestern erschienen? Nein, ich denke, wir sollten uns vielleicht auf die Reise machen. Da wartet etwas Großes auf uns. Wenn du meinst. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Guckt mal, der Stern bleibt stehen. Und hier ist auch der Palast von König Herodes. Hier sieht es auch schon ganz schön prächtig aus. Lasst uns um Eintritt bitten. Einen neugeborenen König der Juden suchen sie? Da müssen sie falsch informiert sein. Es tut mir leid, dass sie die lange Reise umsonst unternommen haben. Es gibt nur einen König hier. Und das bin ich. Aber ich werde die Schriften überprüfen und meine Berater hinzuziehen. Mein Diener führt sie hinaus. Meine Frechheit ist das. In diesem Land bin ich der König. Und die Macht gehört allein mir. Ich teile meine Herrschaft mit niemandem. Schriftgelehrte prüft sofort, ob da etwas dran ist. Hier steht es beim Ruf Peten Micha und du, Bethlehem Ephrathah. Du, wie du klein bist unter den Städten in Judah. Aus dir soll er kommen, der in Israel her sei. Wenn ein neuer König geboren wird, dann in Bethlehem. Jetzt muss ich lästig sein. Dina, hole die Männer wieder hinein. Ich habe tatsächlich etwas gefunden. Den, den ihr sucht, ist in Bethlehem geboren. Wenn ihr ihn gefunden habt, seid doch so gut und sagt mir Bescheid, damit auch ich hingehen und ihn anbieten kann. Dieser König war mir irgendwie unheimlich. Wir kannten seine Schriften des Falkes besser als er. Wir sollten weiter nach dem richtigen König suchen. Sehe ich nur, der Stern zieht weiter. Gut, das ist ein Zeichen. Folgen wir ihm nach Bethlehem. Sieh nur, wie fröhlich das Kind guckt. Wir wollen es Jesus nennen. Das bedeutet Ritter, Heiler, Helfer. Damit hatte ich nicht gerechnet. Der König der Juden ist in einem Stall in einem unbedeutenden Dorf zur Welt gekommen. Und ich spüre, dass wir dieses Mal richtig sind. In diesem Stall ist jeder willkommen. Auch wir, Sterndeuter aus der Fremde, sind eingeladen. Das ist nicht nur der König der Juden. Das ist unser aller König und Heiland. Matt! Matt! Ich staune. Ausgerechnet wir Hirten sind als eine der Ersten zum Heiland der Welt gerufen worden. Für Gott sind wir wichtig. Er sieht uns, wo wir sind. In die Synagoge haben die mich nicht hineingelassen, aber hier im Schafstall bin ich willkommen. Ich fühle mich hier Gott näher als jemals zuvor. Gott kommt in unseren Alltag. Der Engel kommt zu uns auf das Feld und das Kind in eine Butterkrippe. Ja, das ist unglaublich. Ich kann es kaum fassen. Gott stellt seine Krippe mitten in unserer Schubhub auf. Da, wo wir leben, kommt Gott zur Welt. Und die Hirten kehrten wieder um, briesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Der Engel kommt in unseren Alltag. 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 Liebe Online-Christ-Vespa-Gemeinde, ich grüße euch dieses Jahr aus der Fahrwohnung, denn wir feiern Christ-Vespa in der Stube. Der übliche Kirchgang dieses Jahr nicht möglich. Die Familienrunde, wie wir sonst so lieben, auch sie muss kleiner ausfallen als gewohnt oder sogar ganz. Ja, Corona prägt dieses Weihnachtsfest mindestens so sehr wie schon das ganze Jahr, ganz schön anstrengend. Und vielleicht hat sich der ein oder andere in diesen Tagen auch gefragt, kann das überhaupt gehen? Weihnachten in Corona-Zeit? Christ-Vespa in der Stube? Mit staunenden Augen stehen sie da, die Hirten im Stall von Bethlehem. An vielen Orten hatten sie mit Gott gerechnet, aber nicht hier, nicht bei ihnen auf dem kalten Feld, nicht im Dreck und Gestank eines Stalls. Sie staunen und sind sprachlos. Doch mehr und mehr wird aus diesem Staunen eine ganz tiefe Freude. Gott stellt seine Krippe in unserer Stube auf. Da, wo wir leben, kommt Gott zur Welt. Das ist das Geheimnis der Heiligen Nacht, über das die Hirten zu staunen begannen. Gott ist nicht irgendwo in der Ferne, nicht am Ende einer langen Reise, nicht das Resultat unserer frommen Bemühungen. Ich weiß nicht, wie es an diesem Abend in ihrer Stube aussieht und wie es dort riecht. Ist sie feierlich geschmückt, riecht es vielleicht nach Lebkuchen und Räuchermännchen oder liegt dann noch so viel staubiger Alltag herum? Ich weiß auch nicht, wie die Stimmung in diesen Tagen in ihrer Wohnung, in ihren vier Wänden ist. Heimelige Weihnachtsfreude, Geselligkeit oder ist das dieses Jahr alles überlagert von der Sorge, die uns umtreibt, von Traurigkeit, von Einsamkeit? Ich weiß das nicht, aber eines weiß ich von den Hirten, genau in diese Stube will Gott zu Besuch kommen. Wie ein guter Freund, wie eine gute Freundin setzt er sich zu uns und teilt unser Leben. In den frohen Stunden, da freut er sich mit. Und wenn das Leben schwer und dunkel ist, dann weint er mit uns. Und wenn uns das Leben entgleitet, dann nimmt er unsere Hand. Gott kommt in deine Lebensstube, um dir nahe zu sein. Mögen die Augen leuchten und der Mund jubeln über dieses Geheimnis von Weihnachten. Gott stellt seine Krippe mitten in unserer Stube auf. Da, wo wir leben, kommt Gott zur Welt. Gott stellt seine Krippe mitten in unserer Stube auf. Und wenn das Lebenונים von Weihnachten. Und wenn du legen, dann leuchtet das Leben zurück an. O Jesus, du mein Leben. Ich komme, wenn du schenke dir, was du mir hast gegeben. Im Himmel ist mein Geist und Sinn, der Sinn und Blut im Alles Sinn. und lass der Sonne entfallen. Da mich noch nicht geboren war, doch bist du mir geboren und hast mich dir zu einem Gamm, denn ich, ich kann zerkommen. Bin ich durch deine Hand gemannt, da hast du schon bei dir bedankt, wie du mein Wort wirst werden. Ich lag im tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht bliebend, freund und wandern. O Sonne, die das Werte licht, des Jungen sind mir zugelegt, wie schön sind die Räume, die ich trommelde. Ich schiebe es jetzt mit Freude an und hab mich nicht anziehen, und weil ich nun nicht weiterkomme, weil ich an Bieten stehe, und was mein Sinn dein Lachen fährt, und meine Seeleinheit fährt, dass ich dich nicht an dem Fall zuhren. Gott kommt uns ganz nah, und er hört uns zu, wenn wir mit ihm sprechen. Wir wollen darum unsere Gebetsanliegen sammeln. Mein Gebet ist, dass unser Vater im Himmel allen traurigen und mutlosen Menschen Hilfe und Unterstützung schicke, damit sie nicht verzweifeln. Mein Gebet ist, dass alle Menschen so akzeptiert werden, wie sie sind, und niemand ausgegrenzt wird. Mein Gebet ist, dass das Licht und das Wunder der Heiligen Nacht alle Menschen in schwierigen Lebenslagen erreiche und ihnen Kraft und Hoffnung schenke. Mein Gebet ist, dass in den Gottesdiensten bald wieder gemeinsam gesungen und musiziert werden darf. Mein Gebet ist, dass es möglichst viele Menschen gibt, die durch Jesus Christus, dessen Geburtstag wir heute feiern, zum ewigen Leben geführt werden. Amen. Mein Gebet ist, dass Vaterunser, und da schließe ich unsere Gemeinde und in der ganzen Welt alles mit ein. Kinder und alte Leute und alles, was da ist, wer Hunger hat, wer friert, wer kein Heim hat, kein Dach über dem Kopf, das befehle ich dem lieben Gott an, dass er hilft. Darum lasst uns beten. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel uns so aufgaben. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Abend unter Gottes Schutz und Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will sing our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will come to us to make this land? Did you know that your baby boy has come to make you new? Mary, did you know and when you kiss your little baby you kiss the face of God Oh, Mary, did you know Mary, did you know Mary, did you know that your baby boy will come to us Musik Mary, did you know? Schön, dass Sie mit dabei waren bei unserer Online-Christfestbar. Hier aus unserer Kapelle in Aumenau verabschieden wir uns nun von Ihnen. Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen denjenigen, die an vielen unterschiedlichen Stellen dieses Video, diesen Online-Gottesdienst möglich gemacht haben und ganz viel Zeit und Mühe hier hinein investiert haben. Wie auch schon im letzten Weihnachtsgottesdienst möchten wir auch diesmal eine Kollekte für das Projekt Sonnenstrahl in Brasilien sammeln. Durch Patenschaften werden dort Kindern der Schulbesuch ermöglicht und sie werden mit Lebensmitteln versorgt. Die Spendennummer, die IBAN, finden Sie in der Infobox unten drunter und hier eingeblendet. Unser Patenkind Juana hat uns einen Brief geschrieben. Vielen Dank für die Lebensmittelpakete, die ihr uns schenkt. Sie helfen mir sehr. Jetzt, während der Pandemie, ist es für keinen einfach. Wir können oft nicht raus, um Essen zu kaufen. Aber dafür haben wir eure Pakete. Vielen Dank, eure Luana. Wir wünschen Ihnen nun gesegnete Weihnachtstage und laden Sie ganz herzlich ein, unsere Online-Gottesdienste auch der kommenden Tage wahrzunehmen. Sie finden Sie auf unserer Homepage www.seg-steben.de. Möge das Geheimnis dieser Heiligen Nacht noch ganz lange in Ihrer Stube nachklingen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Möge das Geheimnis dieser Heiligen Nacht noch ganz lange in Ihrer Stube nachklingen. Möge das Geheimnis dieser Heiligen Nacht noch ganz lange in Ihrer Stube nachklingen. Möge das Geheimnis dieser Heiligen Nacht noch ganz lange in Ihrer Stube nachklingen. Möge das Geheimnis dieser Heiligen Nacht noch ganz lange in Ihrer Stube nachklingen. ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung des ZDF, 2020